DSDS und Let's Dance Star Luca Henni ist kaum wieder zu erkennen Doch für die Veränderung gibt es einen Grund Luca Henni, 27, hat mit seinem Sieg bei Deutschland sucht den Superstar vor mittlerweile neun Jahren den Durchbruch als Sänger und Songreiter geschafft Doch spätestens seit seiner Teilnahme in der RTL Tanzschule Let's Dance dürfte der Sonnyboy auch außerhalb der Musikszene jedem ein Begriff sein In der Show verliebte er sich in seine Tanzpartnerin Christina Luft Luca Henni, Fans erkennen ihn kaum wieder Gestern Abend trat der Schweizer im Rahmen der großen Let's Dance Deutschland Tour wieder an der Seite von Christina Luft auf der Bühne auf Nach Frankfurt, Berlin, Bremen und Mannheim machte die Let's Dance Familie gestern Abend in der Volkswagen Halle in Braunschweig halt Schon vorab kündigte der DSDS Star den spektakulären Abend in seiner Instagram Story an doch war er dort kaum wieder Nicht nur seine Stimme wirkte völlig verzerrt, sondern auch optisch dürften die Fans sehr irritiert gewesen sein Doch die Follower können ganz beruhigt sein, in seiner Instagram Story nutzte er nur einen Filter die Aufmerksamkeit seiner Fans, dürfte er damit aber auch jeden Fall gehabt haben Schon übermorgen geht es mit der Deutschland Tour weiter nach München, darauf folgen noch Shows in Stuttgart, Köln und Düsseldorf 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 Köln und Düsseldorf